Herzlich Willkommen in die Goldene Krone Das Restaurant Die Goldene Krone befindet sich neben dem linken Festlandfluss Donau. Auch 1401 Kilometer fliegt sie in das Schwarze Meer zu. Umgebend der Schönheiten der Natur im wunderschönen Ambient die Goldene Krone pflegen auch die traditionell bekannten Donau-Restaurants. Die 100-jährige gastronomische Tradition der Familie Visegruna hat das Symbol der Höchstqualität der Spezialitäten bekommen, wie die berühmte Appertins Fischsuppe, sowie eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Die freundlichen Beschäftigten in diesem schönen Gebiet mit der Sicht auf den Fluss Donau wird mit Sicherheit eine gute Begründung sein, um uns im Restaurant Die Goldene Krone zu besuchen. Die mehrfachen Belohnungen sowie mehrere Medaillen von den Wettbewerben und kulinarischen Wettrennen gibt es eine weitere Begründung, um das Restaurant Die Goldene Krone mit seiner mehrjährigen Erfahrung zu besuchen. Die Familie Visegruna geht immer einen Schritt voraus in die Zukunft der Wahrheit. Es ist bekannt, dass die Stadt Apotin die traditionell mehrjährige Organisation der Fischerabende auf seine Art und den langen, warmen Sommertagen organisiert, im Rahmen der Familie Visegruna, die in ihrer Rolle gute Erfahrungen haben. Im Rahmen der Manifestation Apotins Fischerabend machen wir sie auch mit unseren kulinarischen Qualitäten der Familie Visegruna bekannt, die schon tausende zufriedenen Gäste hatten. Die Kocherfahrungen der schmeckhaften Fischersuppe reicht für tausend Suppenliebhaber. Es wäre auch gut zu erwähnen, dass die aktiven internationalen Mitglieder der Kajakregate T.D. mit großer Zufriedenheit diese Destination besuchen, so wie die Perle des Reiches, die Donau. Apotin ist seit langem als das Zentrum der Fischereien bekannt. Ende des 18. Jahrhunderts hat Prinz Eugen Savoisky auf diesem Gebiet ein Apotin-Fischereiferein gegründet. Hier wurde mehr als zwei Jahrhunderte lang tausend von Fischern versammelt, um zu fischern oder die Fischerei auszuüben. Apotin war und ist neben dem Fischerei auch für seine bekannte und traditionelle Fischersuppe und natürlich Fischermenüs bekannt. Neben den vielen Restaurants bietet die Goldene Krone Zubereitungen der Fischspezialitäten. Im Angebot bietet man über 100 verschiedene Höchstqualitätsgerichte. Den Gästen wird ein gastronomisches Wohlsein geboten. Neben dem guten Arbeitsklima des ganzen Objekts sind alle Zimmer und Saalen mit Fernsehen und Telefon ausgestattet. Das schöne Ambient ist mit dem mitteleuropäischen Fluss der Donau umgeben und bietet den Gästen den Rest des Wohlseins in dem Restaurant Die Goldene Krone. Wenn Sie Ihre Träume wahrmachen wollen, besuchen wir zusammen die Goldene Krone, die neben 23 Betten in 8, 2 Betten und 1, 3 Betten zur Verfügung stehen, aber auch Luxusapportments bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die in die Natur verliebt sind und Liebhaber des Flusses Donau sind, haben einige Gründe die Stadt Appartin und das Restaurant Die Goldene Krone zu besuchen. Neben dem hohen Hotelstandort bietet auch das Willkommen der Gäste die schöne Donauterrasse, die den Gästen einen schönen, ruhigen Aufenthalt bietet. Auch für die Geschäftsleute ist die Terrasse ein kreatives Ambient. Herzlich Willkommen in Apartin Herzlich Willkommen in die Goldene Krone Herzlich Willkommen in Ap Went